Das berufliche Schulzentrum in Bautzen lädt zum Infoabend ein. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Eltern der 10. Klassen. Wir möchten Ihnen und Ihren Kindern unsere Studienqualifizierenden und unsere sozialpädagogische Ausbildung vorstellen. Ob berufliches Gymnasium, Fachoberschule oder die Ausbildung zum Sozialassistenten bzw. Erzieher. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Am Mittwoch, den 31. Januar, 18 Uhr in der Aula des BSZ Bautzen an den Schilleranlagen 1.